Das Verwenden von Bild im Bild. Dabei ordnet man ein kleineres Foto vor dem gleichen größeren Foto an, wahlweise sogar mit einem zusätzlichen Rahmen. Und so gehst du vor. Foto auf einer Seite platzieren und vergrößern. Nun wird über Neues Foto ein neuer leerer Platzhalter auf die Seite gelegt. Hier wird erneut das Foto eingefügt. Doppelklick auf das große Foto. Damit starten wir die Bildbearbeitung und wir nutzen den Weichzeichner. Wir blenden das Foto nach weiß aus, ca. 50%. Danach wird das kleine Foto ausgerichtet. Linien und Kanten sollten richtig übereinstimmen. Wenn notwendig, zoome das kleine Foto etwas. So wirkt das kleine Foto jetzt als Ausschnitt. Das kannst du auch noch über die Doppelseite machen und sogar mehrere Bildteile anlegen. Die Doppelseite machen und wirkt das kleine Foto jetzt als Ausschnitt. Die Doppelseite machen und wirkt das kleine Foto jetzt als Ausschnitt. Das kannst du auch noch über die Doppelseite machen und vielleicht auch über die Doppelkontrafen. Untertitelung des ZDF, 2020